Hallo Emma. Hi John. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, es ist schon eine Weile her. Wie geht's? Sehr gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut, danke. Gehst du immer noch auf die Uni? Nein, ich bin jetzt Ärztin. Oh, toll. Wo arbeitest du? Im Achenbach Krankenhaus. Oh, wirklich? Glückwunsch. Und du? Was hast du gemacht? Nun, ich gehe an die Uni. Das ist toll. Was studierst du? Ich studiere Atomwissenschaft. Nein, machst du Witze? Ja, natürlich. Ich studiere Computerwissenschaft. Oh, das ist schon besser. Auf welcher Uni bist du? Ich gehe auf der Technische Universität München. Hast du bald Prüfungen? Ja, ich habe gerade heute Morgen eine Prüfung. Dann viel Glück. Vielen Dank. Ich muss jetzt gehen. Mach's gut, Emma. Danke. Du auch. Bis später, John. Bis dann, Emma.